Liebe Verlagsteam, mein Name ist Judith Nianz und das, was Sie hier sehen, ist mein Arbeitsplatz, mein Arbeitsbereich. Wir haben es in den letzten sechs Jahren geschafft, ich und mein Team, die Judith Nianz-Marke zur größten europäischen Marke im Teelshopping zu machen. Ich habe kein BWL studiert, ich komme aus einer verrückten, liebvollen Künstlerfamilie und ich glaube, dass meine Geschichte viele Menschen inspirieren kann, ihr Leben mit einem positiven Mut und Aufschwung anzupassen. Und deswegen möchte ich meine Geschichte sehr gerne erzählen in meinem Buch und vielen Menschen damit Hoffnung und Mut machen. Also, schauen Sie sie nach.